Moin Meister! So Leute, heute kommt mal ein ganz besonderes Video und zwar zu diesem wunderschönen Bahnwaggon. Der war jetzt schon sehr oft in den Videos drin, aber heute lösen wir mal das Rätsel auf, was es eigentlich auf sich hat mit diesem Bahnwaggon. Der steht hier jetzt schon, ich weiß gar nicht wie viele Jahre hier steht, das wird mein Vater gleich sagen. Er hat auch ein Buch mitgebracht und so weiter. Er hat auch schon angefangen, den innen drin auseinander zu nehmen und hat dabei ein paar wunderschöne Sachen gefunden. Die werden wir euch aber gleich auch noch zeigen. Aber jetzt erzählt mein Vater ein bisschen was dazu. So Meister, fang mal an hier. Was wollt ihr denn wissen, meine Jungs? Ja, erstmal kannst du uns sagen, wie lange der überhaupt hier steht und wo der überhaupt herkommt. Den hat mein Vater 1968, hat er den unten in das Felde von der Bahnhofsgaststätte da, da war früher so eine Haltebahnstelle für die Kleinbahn, da stand der. Und da hat mein Vater den damals von der Kreisbahn abgekauft oder hat den geschenkt bekommen. Das war 1968. Und da hat er den mit dem Tieflader, hat er den hier hochgebracht. Ich war aber den Tag auch nicht dabei, wo er den hier hochgebracht hat. Also da haben sie den hier hochgebracht, 1968. Seit 1968 steht der hier. Also ja dann jetzt 68, ja gute 55 Jahre. Das sind 55 Jahre jetzt, richtig. So, ne? Das war ja die Kleinbahn, genau. Du hast ja dein Buch dabei. Ich hab mal hier so ein Buch mit dir. Genau. Da ist ja auch ein Bild drin, wo der Waggon mal stand. Genau der Waggon. Oh, da kann ich euch das Bild zeigen hier. Die Karte habe ich auch hier. Das ist eine Freifahrtkarte von meinem Uropa. Ehrlich? Ja tatsächlich. Ja, ist auch hier. Von meinem Uropa. Die Karte habe ich zu Hause liegen. Das ist eine Freifahrtkarte. Das kannst du ein Jahr umsonst fahren. Okay, crazy. Ne? So, und hier ist das, das ist, da stand der Wagen, das war 1950. 1950, ne? Das ist der Wagen, ne? Ja, das ist die Gastwirtschaft der Nette in Lasfelde, die Baunusgaststätte. Das ist da unten. So, und hier habe ich noch mal. Da ist der Waggon. Das ist der Waggon, also das ist ein Bild von 1962. 1962. Aber da sieht man ja noch, der war ja noch länger, ne? Da war noch länger. Die drei Teile haben wir, hat mal Vater abgestimmt, weil so lange es wollte er ja auch nicht hier haben. Was willst du damit? Ja, klar. Ja? So, da sieht man hier noch den Masten. LP heißt Läuten und Pfeifen, weil hier vorne war ja der Bahnübergang, die Straße. LP heißt, die mussten Läuten und Pfeifen, denn die Dampflok, wenn sie angekommen sind, wenn die Leute beim Personal, dass keiner auf den Schienen war oder was, ne? Und hinten sieht man auch ganz gut bei dem Bild, hier hinten steht unser Hannemack. Da steht unser Hannemack. Da hinten drauf. 1962. Wie sich alles wiederfindet. Ja, es findet sich alles wieder, ja. Der Bahnwaggon, der Hannemack. Ja. So, jetzt gehen wir mal rein. Du hast ja angefangen, den innen drin ein bisschen auseinanderzunehmen, weil ich sag mal, jetzt in den 55 Jahren, wo er hier steht, hat er natürlich seine Spuren hinterlassen, ne? Er fällt jetzt auseinander. Das sieht man ja ganz gut an der Decke zum Beispiel. Die Decke ist alles, durch die Feuchtigkeit alles, es geht alles runter hier. Das werden wir jetzt mal alles rausreißen, weil das ist alles Burio. Das ist eigentlich noch Top-Zustand. Ist das eigentlich alles. Die Fenster, alles noch auch, alles von damals noch. So, die gehen noch schön auf, wie damals. Ja, guck an. Na? Wunderbar. Einmal geputzt, wie neu. Ja. Das sieht bei der Decke hier aber nicht mehr. Ja. So. Und hier war dann, das war ja ein Haltestelle in das Felde. Hier war dann das für den Schaffler oder für den, der hier die Karten gekauft hat. Oder verkauft hat, konntest du hier eine Karte kaufen. Hier oben konntest du den durchsprechen. Hier oben hast du aufgemacht. Hast du ihn gefragt, was du wolltest? Ich hätte gerne eine Karte. Ja. Hast du ihn wieder zugemacht. Die Karte da unten durch. Fertig. Ja. Hier steht auch dieser Stempelautomat, den ich da oben stehen habe. Für die Fahrkartenstempel. Der stand genau hier in der Ecke. Hier steht der. Wurde dann die Fahrkarte abgestempelt. Ah, ja, ja. Ich weiß nicht mehr. So, und hier hinten hast du jetzt schon mal den... Zutritt verboten. Ganz wichtig. Oh, ja. Aber hier hinten hast du jetzt schon mal alles rausgerissen. Also schon mal im Kern, sagen wir mal wo. Hier hinten habe ich jetzt mal angefangen. Weil die Feuchtigkeit war ja überall drin. So, hier habe ich jetzt schon mal angefangen. Das ist natürlich auch ziemlich dunkel hier drin. Aber das sind die originalen Bretter alles noch. So, die kleine Höhe. Das war ja eine Kleinbahn, ne? Ja. Keine Staatsbahn. Da war ja alles größer. Das war ja die kleine, wie gesagt, die kleine Bimmelbahn war das ja, ne? Wozu ist da hinten eigentlich ein Loch drin? Äh, hier stand der Ofen für den Bahnagenten, der hier die Fahrkarten früher verkauft hat. Hier war der Ofen und hier ging das Rohr raus. Hier hat er seinen Stuhljagd und seinen Tisch, seinen Schreibtisch und hier hinten waren dann die Fahrkarten und so alles. Hier hinten an der Wand, wenn er was verkaufen wollte. So, das war dann da. Okay. Da war der Ofen. Ja, guck, du musstest ja mit Holz heizen oder was. Ja. Holz oder Bekäst hat er dann geheizt hier. Und ja, wo du den Boden jetzt rausgerissen hast, hast du natürlich ein paar geile Funde gemacht. Also ich habe ein bisschen was, ich habe noch ein bisschen was gefunden, da können wir ja mal draußen gucken, wo es hell ist. Ja, genau. Wir gehen mal draußen. Ja, gut. Also wie gesagt, hier der Boden hat mal rausgerissen und hat da drunter einen Haufen Sachen gefunden. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Erstaunlich, dass das so viele Jahre, ähm, nach so vielen Jahren noch so gut erhalten ist, muss man einfach auch mal sagen, ne? So, gehen wir mal gucken. Es ist aber nichts Besonderes, ne? Also. Naja, ich finde es schon besonders. Ja, ich finde, ich habe da auch nicht mit gerechnet. Zehn Pfennig waren auch noch dabei. Ja, das erste Fund. Also Bank Deutscher Länder war das. Schon mal eine Münze, also zehn Pfennig, ne? Bank Deutscher Länder. Also das erste, was noch war hier, so ein Kuvert hier. Ist auch interessant, was da noch draufsteht. Kannst du ja vielleicht lesen da, ne? Ja, an die Güterabfertigung, das Felde Harz, Kreisbahn Osterode, Kreinsen. Ja. 33, 61, das Felde Harz. Ja, gut. Da ist das Datum. Zehnte, Dritte, 65. Aber es ist hier, da steht nochmal drauf, Bahnhof Badenhausen. Und es steht ja unter für Betriebsgasse. Ich glaube, diesen Kuvert haben sie zweckentfremdet. Ja, das könnte sein. Da haben sie vielleicht Geld dran, weil hier oben, konnte man sehen, da war eine Haft, so eine Heftklammer drin, ne? Da war bestimmt Geld drin für die Betriebsgasse, für eine Feier oder irgendwas. Ja. Das musste der von Las Felde bis nach Badenhausen mitgeben, ne? Ja. Das stimmt, habe ich angenommen. Aber war kein Geld mehr drin, ne? Nee, Geld war nicht drin. Die zehn Pfennig, die haben da unten drin gelegen, ja. Dann haben wir hier noch eine Monatskarte hier. Ich weiß nicht, ob man die erkennen kann. Eine Monatskarte lag da auch noch. Von 1957 ist die. Okay, das sieht man jetzt mal, ach, da oben ist das Datum, hier oben? Ne, Datum ist auf der Rückseite hier. Da ist es. Das ist doch schön drauf. Guck mal an da. Da ist auch die Stömpel von Las Felde. 23. September 1957. Also überleg mal vor, ach, vor 65 Jahren. Die lag jetzt 65 Jahre da drin. Die lag 65 Jahre da drin, vor 65 Jahren. Und dann noch so gut erheilt, muss man einfach mal sagen. Also, klar, da ist ein Dach rüber, aber es hat ja trotzdem jahrelang reingeregnet. Ja. Ja, ja. Trotzdem ist der Zustand so gut noch. Und, äh, ich kann das ja mal vielleicht sagen, wenn die mal gehört hat, da steht drauf Erika Hase. Kennst du die? Weiß ich ja nicht, meine Lehrer hieß auch Hase, aber... Ja, meine auch. Ich weiß ja nicht, ob die Vorname Erika hieß, aus Fürste. Kann ja sein, dass die damals von Fürstern nach Las Felde mit der Kleinbahn gefahren ist. Ja, das könnte sein. Dass das denen ihre Karte hieß. Da muss ich mal schlau machen. So, dann müsstest du dich mal schlau machen. Das wäre ja echt lustig. Dann war noch was von so einem alten Lottoschein hier. Hat er mal an der Lotto gespielt oder irgendwas? Kannst du das erkennen? Ja, sieht man noch, das ist ein alter Lottoschein. Und hier ist noch was, Kreisbahn Ostenrode, Güterabfertigung, Las Felde, um 13 Uhr sollst du das abholen. Ja, trotzdem erstaunlich, wie gut das in der Leben ist. Ja, ja, alles so Schnipsel. Und, ja, das ist natürlich auch, das kriegst du bestimmt nicht mehr drauf hier. Das ist die neue Woche, das war damals eine Zeitung. Das kriegst du auch nicht drauf. Ne, man sieht hier oben, glaube ich, sieht man sogar noch neue Woche. Ja, neue Woche. Ja, aber es ist, ja, wie du schon sagst, es fliegt sich hauchdünn an. Und man kann daran nur noch so ein bisschen echten Datum, ist da auch noch ein Datum drauf? Ne. Naja, auch nicht mehr. Man kann nur Las Felde da. Ja, sieht man leider nicht viel drauf. Das ist super, als du Schriftzug guckst, was hier nochmal geschrieben hat oder irgendwas zusammengerechnet hat. Auch die Zahlen zusammengerechnet. Ne, die rechnen. Hat er ja mal aufgeschrieben irgendwie da drinnen. Ist auch nochmal was. Duplikat erteilt. Ja, das war's schon. Das war's schon. Aber es ist trotzdem erstaunlich viel Quadratmeter. Da sind es ungefähr vier, fünf Quadratmeter. Wie lang ist denn das jetzt? Ne, ich meine, so der Gang dahinten. Zwei, zwei, fünfzig mal, zwei, zwei mal, fünf Quadratmeter. Ja, fünf Quadratmeter. Also fünf Quadratmeter, trotzdem recht viel gefunden, muss man einfach mal sagen. Und trotzdem interessant, finde ich. Ja, was hast du denn jetzt eigentlich mit den Waggons hier so grob vor? Also du hast ja nur so einen groben Plan. Ne, das darf ich noch nicht, will ich noch nicht erzählen. Warum denn? Ich will das noch nicht erzählen. Ich habe da unten auch schon, das sind Original Schwellen doch. Die habe ich noch gefunden auf der Strecke von Osterode bis nach Kreinsen. Ja. Das sind noch Original Schwellen mit den Originalplatten alles hier. Ja. Die habe ich da gefunden, habe sie mitgenommen. Was ich damit vorhabe, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal sehen, ja. Mein Sohn will die ja einstecken oder verschrotten, ja. Ja, ich habe gesagt, vor kurzem, wo die Schrottpreise so hoch waren, da hätte man die wegbringen können. Das hätte ordentlich Cash gebracht. Ja. Aber mein Vater will immer alles retten irgendwie. Ja, weil hier vorne, ich will das ja noch mal sehen, ob man so ein Stück Schiene denn mal kriegt oder was. Hier vorne noch eine Schwelle hinten, eine Schiene, ja, dass das so ein bisschen aussieht wie, als wenn man noch fahren würde. Ja. Da können wir mal hier drunter gucken. Hier sieht man ja die Schwellen ganz gut. Jetzt sieht man sie. Ja, das sind alles Original, die Schwellen da. Ja. Es fehlen eigentlich nur die Schienen. Nur die Schienen fehlen, ja. Aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, ist alles Original, was hier liegt. Ja. Ist Original. Also das ist schon 65 Jahre vorbei. Also die könnten 100 Jahre alt sein, diese Platten und diese Hölzer, ne. Könnten. Könnten. Herr K. man muss auch sagen, das Holz ist vor der Früh auch mit Teer getränkt. Ja, nicht alle. Nicht alle. Also hier ist noch eine einzige dabei, die getränkt ist. Die eine ist ja alle normale Buche oder Fichte oder Nadelholz, was das ist. Aber trotzdem, sag mal, wenn du den zurecht machen willst, hast du trotzdem eine Menge Arbeit bei der ist ja wohl durchgegammelt. Naja. Das ist schon viel. Naja, im Bahnverkehr soll er ja nicht mehr, ne. Ja. Welches Baujahr ist der? 1906. 1906. Oh, tatsächlich, da ist ja echt ein Schild noch drauf. Ja. Ich hoffe, man sieht das ja 1906. Ja. Und da steht sogar die Nummer drauf. Ja. Nummer 5952. Ja. Und was steht da oben drüber? Bochumer. 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 Bochumer Verein. Bochumer Verein. Steht da. Bochumer Verein. Für Bergbau. Oh ja. Ja, für Bergbau tatsächlich. Mit. Gas. Gas. Was? Ich kann es auch nicht. Mit Gas. Was? Gas. Gas. Stahl. Fabrikation. Ah. Okay. Guss. Guss heißt das. Guss und Stahl. Guss und Stahl. Guss und Stahl. Fabrikation. Ja, mega. Bochumer Verein. Ja. Wäre mal interessant. Das habe ich noch nie gesehen. Das steht da drunter. Ne. So Leute, jetzt habt ihr ein paar Hintergrundinformationen zu dem Bahnwagen hier. Wie gesagt, der kam ja schon so oft in den Videos vor. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Und ja, falls mein Vater da weiter dran basteln sollte, dann kommt auf jeden Fall nochmal ein Update-Video dazu. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.